Am folgenden Video entdecken wir zusammen, wer ihnen auf einem Android-Smartphone die OneDrive installiert, wer ihnen eine Spruchnourricht auch abläuft und an einem Ordner erwickelt, und wer ihnen mal Telefon-Word in Dokument erstellt und das ihnen auch mal verschiedenlei teilt. Für uns zu fangen, gehe ich nur an der Play Store und sehe schon die OneDrive. Wenn die OneDrive in diesem Fall schon installiert, dann gehe ich zurück und klicken drüber. Wenn ich mich die erste als Schülerin oder Schüler ummelden möchte, dann muss ich den IAM at school.lu benutzen. Als Ansehnant oder Ansegnant benutzen ich den IAM at 365.education.lu. Wir sehen, dass ich nur zwei Ordner habe, die in der Eidl sind, und in der eigenen Datei. Und nun auf der Licht kann ich gucken, welche Ordner und Dokumente ich zuletzt bearbeitet habe, welche Ordner und Dokumente ich gedeelt habe oder gedeelt wurde. Ich habe gesehen, dass ich meine Fotos habe, und in der letzten Zeit kann ich auch noch eine Ausstellung machen. Ich gehe zurück und weise, wer ein Spruchnourricht ist. Ich klicke auf Tab. Ich habe eine Spruchnourricht, die ich am Ende gemacht habe. Ich klicke auf Tab. Ich klicke auf Partage und wähle den OneDrive aus. Wenn ich auf den Hegstück klicken, dann kann die Datei auch aufgeladen. Ich gehe zurück. Ich nehme meinen OneDrive. Ich sehe meinen Spruchnourricht. Ich will das Spruchnourricht aber nur an den anderen Ordner heraussetzen. Ich klicke oben auf den Plus. Ich wähle Cree un Dossier aus. Ich benenne meinen Ordner in diesem Fall Audio. Und natürlich aus meinem Ordner Eidl. Ich gehe zurück. Ich klicke oben auf meinen Spruchnourricht. Ich wähle oben das Logo für zu verrägeln aus. Ich gehe nach meinem Ordner. Und wähle aus, dass ich die Datei hierher regeln will. So. Wir haben die Datei als Bannen dran. Ich kann hier zurückgehen. Und nun, wenn ich auf den Plus klicken, weiß ich, wenn ich ein Word-Dokument erstelle. Ich benenne ein Dokument. Ich nenne den hier. Aufgabe und. Ich bearbeite ein Dokument. Und tippe einfach mal Text an. Ich speichere ein Dokument auf. Ich gehe zurück. Ich habe schon gesehen, dass ich mein Dokument oder mein Dokument erstelle. Ich stelle mein Dokument nun an den Ordner Dokument heraussetzen. Dann tippe ich. Ich klicke. Ich klicke. Zum Beispiel. Ich habe die drei Punkte schon. Ich wähle Deplacer aus. Und. Ich gehe an den Dossier Dokument. Und wähle aus Deplacer easy. Wenn ich mein Ordner oder ein Dokument nun mit einer Person dele will. Dann kann ich handeln, ob die drei Punkte klicken oder Langdruck klicken. So. Danke. Und wir wählen oben das Logo für sie Deelen aus. Und kann heute zum Beispiel Leute heraussichern, was ihnen statt Deelen will. Und schon kriegt das Person ein E-Mail, das das Dokument mit ihm gedreht gaufe. So. Das wäre es. Für die ganze Zeit zu weisen, wer ihr ihn um OneDrive installiert. Spruch nur richten. Und noch Dokumente. Röp-Leut. Und mit Leid. Deelen kann. 11. 15. 15. 16. 15. 17. 22. 17. 18. 20. Untertitelung des ZDF, 2020